so meine verehrten damen und herren wort geht ab ist das schon lange her ne da ich gestreamt hab ja jetzt spielen wir mal ein bisschen fliffelig sagen okay erwähnen meinen namen hier killer ente jo shadow auch am start richtig geil wie angekündigt richtig gut da freut man sich schon gleich jojo so ich hab wo ich mich gerade eingeloggt habe erst mal neue nachricht erhalten habe ich aber noch nicht geguckt und ja ich habe ja in den ankündigungsvideo gesagt dass ich ein bisschen hier was aufmachen muss weil ich habe so viele boxen gesaugt und mein rm ist gerade wieder am saugen und ja der saugt jetzt meine rm den lenkt man nämlich erst mal nicht mehr zum level der ist gerade erst mal 63 und so und ja wir müssen uns jetzt mal hier war ein bisschen um kümmern denn wir sind ja noch quasi am anfang ne hallo danni denni wenn ich da richtig ausgesprochen habe und ja mal gucken ich habe auch wie gesagt die ehe hochgelevelt auf höchstlevel was war der effene ja hier mit scheraline die ist gerade am saugen wie gesagt so mike aua am start hallöchen da ist ja geil dazu viele noch gekommen sind nicer nicer so was machen mal als erstes war das mache ich später erst mal gucken weil ich in der post habe von wen ich irgendwann gekriegt habe keine ahnung alter noch mal ja von killer ente deine videos sind cool weiter so ja danke nochmal 159 das heißt ich bin jetzt wirklich bei den 1k angekommen von den boxen oder ja 1114 oh man das heißt wir können jetzt erst mal aufmachen da ist er ja hallo hallo wie geht das denn nochmal in welchen durchnehmen kotzi kotzi so ich mache die boxen aber außerhalb auf weil ja ist halt so ich habe keinen bock dass die leute sich irgendwie abpacken oder so wenn ich die dinge aufmache als fertige kann ich wegschmeißen brauche ich nicht mehr so weggeworfen diese liebes boxen zum klär brauche ich eigentlich auch nicht da kann man nicht wegschmeißen so weg damit lochschaffer wandeln brauche ich eigentlich auch nicht die wings auch nicht die feuerwerke generell nicht ne ne voerwerkskörper weg pillen brauchen wir eigentlich auch nicht diese bewegungsgeschwindigkeit dinger lassen wir auf jeden fall so bin wir bridge from suit was ist das denn ach so war es ne so ein anzug ne brauche ich nicht der läuft innerhalb 15 tagen ab also scheiß drauf ja 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 oh my god zu deiner gruppe alles klar alles klärchen aber habe ich ein bisschen fett eingeblendet keine ahnung wie sie sich das schon wieder umgestellt hat aber ist ja kein problem dann sieht man wenigstens jemand dass jemand gefollowt ist so unterschiedlich wird kann er denn da drinnen sein mit ist dann auf int ach so nehmen wir das einfach mal kein effekt lol ja die schmeiß ich auch wieder weg war voll unnötig unnötig wo ist das obere ja das brauchen wir nicht alles weg damit so die boxen packe ich mal hier hin auf 402 batterien ey diesen coupon kann ich wenn ich bin frisur scheiß auf frisur ey so dann der blue ja würde ich sagen packe ich weg rohio nicht blue ja weg und die hoverbacks eigentlich auch nicht aber man kann ja ein bisschen mit dem rumcruisen aber die wolke brauche ich auch nicht so dann nehme ich mal gleich luftballons was ist das hier hp ne der xp gibt und geschwindigkeit der gibt schaden gegen monster 5 da würde ich aber sagen was anderes nehm schöner ballon xp ne hp geschwindigkeit und angreifskraft den nehmen wir so für zwei tage ballern wir den rein haben wir noch ein bisschen mehr geschwindigkeit und denny gehört zu deiner gruppe alles klar danke ich hab das so doof eingeblendet das fuckt mich gerade ein bisschen ab aber egal so jetzt gucken wir mal was wir in den ganzen boxen drin haben vital drink x am besten warte mal packen wir das hier hin und den direkt da so vital drink vital drink alter kriegt man davon nur vital drinks okay activision auch aber die kann man doch so im shop kaufen oder wie langweilig transit ach wieso drücke ich denn die ganze zeit dann kann ich die ganze zeit so machen oder ja so geht das ein bisschen schneller zack 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 aber die kriegen wir aber nur so ein ey krass wie viel vital drinks wir auf einmal jetzt kriegen gleich alles offen stört ihr zwar ein bisschen denke ich mal die geräusche aber aber wir haben es gleich geschafft leute oh wir haben eine wolke bekommen geil permanente fetter scheiß bestimmt so selten oh noch zweimal hintereinander heftig haben wir die traden ja geil fett dreimal die kriegt die aber in 1100 boxen nur dreimal alter aber geil wir haben die jetzt dreimal fett mal gucken ob die schnell fliegt fett ach ja mein pad muss raus mal gucken wie schnell die fliegt bababam 200 250 60 und neuer follower jawoll my cool ja ok mike sag ich einfach mal dankeschön also die haben wir jetzt dreimal pack ich die wings weg und so so ich müsste jetzt mal ab ins lager den ganzen scheiß weg bringen so handel ne einlagern so was lagern wir denn ein das das die refresher holt brauche ich eigentlich nicht boah active vision ey krass aber die kann man auch so kaufen oder nicht ah keine ahnung die lasse ich mal drin die transis alle rein die luftballons kann man die nicht hier reintun weise so dann hier die was habe ich mir denn da geholt achso auf ein bankkonto zugreifen ja in brauchen wir eigentlich auch nicht decks auch nicht batterien lasse ich mal aber diese points hier nicht die str können wir drinnen lassen das auch das aber nicht pve schon ja das habe ich durchs wohnen bekommen brauche ich auch erstmal noch nicht das war können wir erstmal alles drinnen lassen obwohl es halt voll unnötig ist so aber die wolke packe ich hier rein dann brauche ich die wings nicht ja die habe ich ja eh permanent tschüss wings tschüss wingy wing 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 ach ja die kann ich auch noch hier reinballern was ist das hier ja das auch natürlich ach habe ich schon äh str ja wo ich str gar nicht brauche aber egal besser als nix ähm was baller ich denn rein den 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 3 3 dann jetzt erstmal alles reinhauen damit wir schon mal alles haben so dann sind wir damit schon mal gerüstet ach dingens haben wir eh on must meine anziehendachse die ist zwar noch nicht so gut nur gar nix ey so ich würde sagen wir gehen wir leveln oder würde ich jetzt mal so behaupten so aber wo gehen wir wir sind 122 ich weiß gar nicht wo man ab 122 leveln soll keine ahnung ach auf ht sehr wahrscheinlich oder ja mal gucken wir schon einfach mal an 120 miler ein so ich war noch nie auf ht sehr noch nie das ist hier keine musik das ist ja bad wir versuchen erstmal ne party mit skills obwohl ging ja schnell ja ich bräuchte die auch aber ich glaube ich bin auch viel zu low für beer also da ist mein equip noch nicht geil genug das ist das problem dann würde ich gerne beer gehen mit euch aber ich suche jetzt hier keine musik das fuckt mich ab ja Leute dann mach ich mal selber mucke an weil ohne musik ist ja ein bisschen doof ach was mach ich denn hier einfach mal die mucke hier ausmachen wenn ich wieder ein flars join machen wir jetzt einfach mal so dann müssen wir doch irgendwas geiles finden dann nehmen wir doch einfach mal den muss ich aber ein bisschen leise globin machen los ich denke mal so ist gut so als gleiche nicht denken wir die lautstärke ist okay jetzt gucke ich mal wo die ganzen viecher sind ja geh weg wieviel der farm war eigentlich 3600 drüber bei turtles glaube ich ne und gucken ob ich überhaupt so viel denken kann ich dann direkt abschließt 116 ne da wollen wir nicht hin turtles oder so also sieht ja bis jetzt ganz nice aus so streammäßig so von der quali her obwohl ich halt nicht so ein grob also ich hab zwar eine 120k leitung ne aber keine ahnung er upload ist trotzdem ein bisschen miserabel so aber ich würde sagen ich mach ein aoe hier wenigstens damit ich die viecher einschätzen kann ich weiß die sind erst die sind 120 aber fuck off pain reflection und das zack und empower weapon und ich habe keine buffs jetzt habe ich was so dann würde ich sagen los geht ja eigentlich okay aber was mache ich aber wieso anvisiert er den nicht okay das ist ja dann easy würde ich sagen da kann man ja ordentlich ein reinballern und wenn ich gleich dann auch gar einsetzt geiler shit könnte kann man hier eigentlich auf dem server oder one night spielen nein oder weiß doch nicht und ja keine ahnung gerade moment mal eben so jetzt wurde ich abgelenkt scheiße das war egal ach so kommen trotzdem ein paar level ab level abs so wir kriegen fünf millionen hier ach ja war ja schon immer so ne jetzt noch mal in ruhe und all sand noch mal das ganze von neu starten so noch mal deswegen ich habe mich grad verdrückt also kack keine war aber jetzt noch mal so next 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 boah das sind vier stück wo das ist so geil damit die vier power ups du kannst dich einfach so tot hängen das ist unnormal ja bis 31 wortese und damit 131 florist alles klar dann gehen wir ein florist florist hört sich lustig an und dann kann ich mich ja wieder auf diese platin stufe zurück stufen dann kann ich wieder auf 60 level und bla und dies und jenes dann geht es dann nach Mohammed